Abschluss für die Frau Silke! Das geht doch! Nun denn, liebe Silke! Du darfst jetzt etwas machen, was du dir deine kühnsten Träume noch nie gemacht hast. Ich werde jetzt die Fakke in die Hand geben. Ich bitte, drei Schritte darüber zu gehen. Die Fakke ein klein wenig zu heben und mich hier zu entzünden, und zwar hier. Sag mal, liebe Silke, hast du einen Mann? Der arme Kerl. Liebe Silke, das ist ein weicher Mann, ich darf es ein bisschen härter anfassen. Was braucht? Nimm mal die Fakke, so, pack sie hier rauf, und dann ziehen die so lang. Hast du verstanden? Sicher? Ja. Alles gut. Ich habe dir was gesagt. Nun denn, liebe Silke, du darfst jetzt noch etwas machen, damit die Leute sich in der ersten Reihe von meiner Stimme erholen. Du gehst jetzt bitte auf diese Seite. Hebst bitte jede Fakke etwas hoch, winkest sie weiter nach unten, und du darfst sie mir jetzt hier reinschieben. Oh ja, bist du soweit? Oh ja, bist du soweit? So denn? So denn? So denn noch was spontaner von dir, Frau Silke? So denn, liebe Leute, hat es euch so weit gefallen? Ja. Ja. Wollt ihr noch mehr? Ja. Ja. Keines Wetter haben wir heute. Nun denn, wir kommen jetzt zu einer Nummer, die nur ich kann. Man nehme ein Behältnis, also kurz gesagt einen Krug, dann nehme man eine Fackel, tauche sie in Benzin rein, und hoffe, dass die Leute jetzt alle vorsichtig sind. Denn ich bin's jetzt nicht, diesen Draht gibt's nur nach vorn an der Taverne, ihr wisst ja, ich weiß, was wir heut schon alles getrunken haben. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Arschi! 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 Leitung! Woo! 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 Und das ist jetzt jetzt noch ein, aber weiter? Ja! Ja! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018